Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den Hidden Markov Modellen. Heute geht es weiter mit dem Lern- und Optimierungsproblem und zwar dem Baum-Welch-Algorithmus, der das ein bisschen lösen kann. So, jetzt muss ich euch wahrscheinlich erstmal erklären, was Baum-Welch und was Lern- und Optimierungsproblem überhaupt bedeutet. Okay, letztes Mal hatten wir uns angeguckt, was passiert denn, wenn wir hier ein Hidden Markov Modell haben und eine Output-Sequenz O, wie können wir die dann evaluieren und wie können wir sie dann vielleicht dekodieren und so weiter und so fort. Was wir dieses Mal machen wollen, ist, wir sagen, wir haben eine perfekte Output-Sequenz und diese Output-Sequenz, die können wir nehmen und unser Hidden Markov Modell trainieren damit. Und das ist jetzt was komplett Neues, also es beruht oder es benutzt immer noch diese ganzen Dinger hier, aber ja, es nimmt einfach an, dass dieses Hidden Markov Modell nicht so geil ist und deswegen muss es verbessert werden. Das ist im Prinzip auch das, was ihr macht, wenn ihr euer Handy das erste Mal startet. Dann müsst ihr nämlich normalerweise erstmal ein paar Sätze vorlesen, also die Spracherkennung von eurem Handy das erste Mal startet, dann müsst ihr ein paar Sätze vorlesen und das Handy weiß, aha, das sind die und die Sätze und die hören sich bei dir also so und so an. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Partner redet, hört sich das vielleicht anders an, als wenn Sachse oder so jemand redet und deswegen muss man das Hidden Markov Modell unterschiedlich trainieren. Gut, und was wir da eben brauchen, ist diese Output-Sequenz, von der wir wissen, was für Zustände da drin vorkommen. Das heißt, wir wissen im Prinzip alles von dieser Output-Sequenz und wir kennen aber unser Hidden Markov Modell und wollen das jetzt ein bisschen verbessern. So, das heißt, wir suchen also ein Hidden Markov Modell Strich, nenne ich das Ganze mal und das ist unser neues optimiertes Hidden Markov Modell, das kann man jetzt auch ein bisschen umschreiben als ArcMax und zwar über das HMM, also wir wollen über das HMM das Ganze maximieren und zwar, was wollen wir maximieren, nämlich unsere Wahrscheinlichkeit, dass O ausgesprochen wurde also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt tatsächlich diese Ausgabesequenz funktioniert natürlich nicht nur für Sprache aber das ist einfach das, wo man es am meisten anwendet die Wahrscheinlichkeit, dass O ausgesprochen wurde, denn wir wissen ja, dass O ausgesprochen wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von 1, außer der arme Kerl verredet sich oder sowas und unser Hidden Markov Modell nehmen wir als gegeben an. So, das wollen wir also maximieren und zwar über alle Hidden Markov Modelle das heißt, wir iterieren hier hinten quasi drüber, probieren im Prinzip alle Hidden Markov Modelle durch das wäre der Brute Force Ansatz, das geht ein bisschen besser, das werden wir uns gleich angucken wir probieren quasi alle Hidden Markov Modelle durch und das beste Hidden Markov Modell zu der Ausgabesequenz O das nehmen wir dann als neues Hidden Markov Modell, denn wir wissen ja, dass der User O ausgesprochen hat oder eben O gegeben war und deswegen können wir das einfach mal so annehmen. So, jetzt wird es wieder sehr mathematisch heute, ich habe euch mal wieder eine Formel vorbereitet die findet ihr hier, die sieht sehr erschreckend aus, keine Sorge, das werden wir alles machen und sie ist im Prinzip gar nicht so schlimm, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber es ist wirklich so also ganz so schlimm ist sie nicht, ich mache hier mal noch mal rein, dann wird es deutlicher und hier hinten mache ich auch noch mal rein. So, okay, was das jetzt also ist, ist folgendes, wir haben hier ein Alpha, äh ein A' T von IJ Gut, was bedeutet A'? A' ist die Matrix, die wir verbessert haben, also ihr erinnert euch hoffentlich noch unser Hidden Markov Modell bestand aus mehreren Sachen, wo habe ich es hingeschrieben? Hier habe ich es hingeschrieben und zwar aus einer Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix A, der Emissionsmatrix B und der Verteilung der Anfangswahrscheinlichkeiten C. Die drei können wir verändern, die Zustände S sind fest und unser Ausgabealphabet wollen wir so oder so nicht verändern es sei denn, der User hat jetzt gerade mal neue Buchstaben auszusprechen gelernt oder irgendwelche Klickgeräusche oder sowas ähm, genau, deswegen die drei wollen wir verändern, also A, B und C die Wahrscheinlichkeit für die Ausgaben, also die Emissionswahrscheinlichkeiten, die Übergangswahrscheinlichkeiten und ja, die Anfangswahrscheinlichkeiten sind quasi auch Übergangswahrscheinlichkeiten so ein bisschen Okay, also wir wollen jetzt hier A' berechnen, also quasi die neun Übergangswahrscheinlichkeiten und zwar vom Zustand I zum Zustand J zum Zeitpunkt T Das heißt, wir betrachten, wenn wir uns das hier nochmal angucken, die Zeitpunkte nochmal separat Das macht es zum Trainieren besser Okay, was ist jetzt Alpha T? Alpha ist das im Prinzip, was beim Forward-Backward-Algorithmus rauskam Achtung, wir hatten beim Forward-Backward die Summe genommen, nicht das Maximum das war beim Viterbi-Algorithmus Beim Forward-Backward-Hatten wir die Summe genommen und das, was hier drin steht, also im Prinzip Z1, Z2, Z3 wäre dann Alpha, aber Alpha 1, weil wir zum Zeitpunkt 1 sind von I bedeutet, wir sind, Sekunde, da also Alpha 1, weil das unser erster Zeitpunkt ist hier berechnen wir den Zustand Q1 und von I bedeutet dann eben die Spalt, äh, die Zeile, genau also Alpha 1, 1 wäre das hier Alpha 1 von 2 wäre das hier Alpha 1 von 3 das hier und das hier hinten wäre zum Beispiel Alpha 3 von 2 Okay? Gut So berechnen sich die Alphas die haben übrigens nicht wirklich was mit den As zu tun klar, die As fließen die Berechnung mit ein aber nicht direkt was damit zu tun zumindest So, A, I, J ist uns gegeben das ist ja schon in unserem ursprünglichen Hidden Markov-Modell drin B, J ist uns auch gegeben B kennen wir auch, das ist die Emissionswahrscheinlichkeit ähm, von dem Zustand J und zwar, dass er O von T plus 1 ausspuckt nichts Besonderes im Prinzip So, jetzt noch Beta von T plus 1 ähm, von J Gut, Beta ist im Prinzip die Rückrichtung von Alpha also wir berechnen jetzt nicht vorwärts sondern wir berechnen rückwärts deswegen Forward-Backward-Algorithmus den habe ich euch so ein bisschen unterschlagen den braucht man auch eigentlich nicht so um das auszurechnen Wie wir jetzt Beta berechnen ist folgendes kann ich euch einfach im Prinzip eine eigene geschlossene Formel dafür angeben das mache ich glaube ich gerade mal so, das wäre dann diese Formel hier unten die sieht jetzt auch ziemlich wüst aus ähm, was wir allerdings hierfür noch brauchen wir berechnen das Ganze immer über Beta plus äh, an der Stelle T plus 1 das heißt wir brauchen irgendwann mal ein Ende das letzte Beta das ist das hier das heißt das hier ist unser Beta an der Stelle in unserem Fall 3 und zwar von 1 beziehungsweise von 2 und von 3 also Beta 3 3 Beta 2 von 3 ist das hier so und jetzt können wir das hier einfügen damit können wir dann wenn wir Beta 3 haben können wir hier Beta 2 berechnen also immer 1 weniger sozusagen das heißt wir haben Beta 2 ist die Summe aller Aij wobei I fest ist ähm, Achtung ja genau Vorsicht hier mit I und J das hier ist Beta von I das ist Beta von J und über J iterieren wir drüber okay, also nicht verwechseln anschaulich ist im Prinzip das hier ähm, wenn wir die Pfeile noch rückwärts eintragen würden dann sind die Dinger hier Beta, ähm, an der Stelle T plus 1 von J und hier haben wir dann unser Beta an der Stelle T von I eben gegeben also das hier zum Beispiel und ähm, die berechnen sich natürlich alle über die A weil die A verbinden ja die einzelnen Zustände miteinander einfach mal aufmalen das ist glaube ich dann sinnvoll wenn ihr das auch mal so seht genau so kann man dann eben diese Beta berechnen und die Summe hier unten ist genau dasselbe was hier oben steht nur dass wir über I und J nochmal iterieren sprich wir berechnen alle also wirklich alle ähm, Alpha oder A Strich nochmal neu und teilen dann das was wir hier raus bekommen haben ähm, ja teilen wir eben dadurch damit wir es normalisiert bekommen also dass wir insgesamt auf 1 kommen ist im Prinzip nichts magisches kann man eigentlich sogar fast weglassen aber so werden die Zahlen wie gesagt zwischen 0 und 1 gehalten und so soll es ja auch sein okay das sind also die Formeln oder das ist im Prinzip die Formel für unsere A Strich von I, J das ist also die Matrix A die wir jedes Mal anpassen können also ihr könnt dann den Algorithmus den Baumwärts Algorithmus nicht nur einmal mit der Ausgabesequenz O laufen lassen sondern sehr sehr oft bis ihr absolut sicher seid dass es dass sich A Strich von T eigentlich von A, I, J nicht mehr unterscheidet solange könnt ihr dieses Ding hier neu berechnen und einfach immer den A Wert benutzen den ihr gerade errechnet habt also was ich sagen möchte ist iteriert dann durch erst das hier ausrechnen nochmal neu also einmal neu ausrechnen dann den neuen Wert hier reinpacken wo ihr euer ursprüngliches HMM benutzt habt und nochmal einen neuen Wert A Strich zum Beispiel ausrechnen und so weiter und so fort macht es die ganze Zeit neu und irgendwann unterscheiden sich eure A von den alten A's nur noch sehr sehr gering dann könnt ihr abbrechen gut so trainiert ihr eure A's jetzt achso halt Vorsicht wir sind noch gar nicht fertig das ist bloß unser A Strich wir haben aber mit diesem A Strich erst das A Strich T von I, J wir wollen jetzt aber noch unser komplettes A Strich berechnen also von A Strich T auf A Strich also tatsächlich die neue Matrix brauchen wir noch ein bisschen denn hier dieses T muss noch irgendwie weg das T hat nämlich eine Aussagekraft nämlich dass es tatsächlich nur zu dem Zeitpunkt hier gilt also A1 I, J wäre hier irgendwo A2 I, J wäre nur hier irgendwo gültig und das wollen wir natürlich nicht wir wollen A das für alles gilt also alle Übergangswahrscheinlichkeiten vernünftig modelliert ja wie kommt man da drauf da muss man dann wieder nochmal ein bisschen mehr rechnen und zwar ich mache mal die Formel hier weg die brauchen wir nicht mehr was wir jetzt hier machen ich habe es gerade mal abgetippt wir definieren uns noch so ein komisches Gamma T das ist einfach die Summe über alle A Strich T I, J also wir summieren über J drüber das heißt das hier hinten wird aufsummiert das sind im Prinzip die ganzen Spalten und wir summieren jetzt über alle Spalten drüber und bekommen dann unser Gamma T was nur noch von einer Variable nämlich I abhängt und von T logischerweise auch noch und dieses Gamma T benutzen wir jetzt um die neuen A's auszurechnen und die neuen A's ich nenne die jetzt einfach mal New Line vergessen die neuen A's die nenne ich jetzt einfach mal A neu so jetzt haben wir hier dieses neue A das tatsächlich wieder von I und J abhängt klar ist ja ein A also im Prinzip habe ich jetzt hier die Indizes A, I, J hier in die Klammern gepackt und es als Funktion geschrieben ist ja egal das A neu ist einfach die neue Matrix und I, J sind wieder Zeile, Spalte okay wie immer so und was wir jetzt hier gemacht haben ist wir wollten die Zeit weg haben also es ist nicht mehr abhängig von den zeitlichen Zuständen deswegen summieren wir von T gleich 1 bis Groß T minus 1 Achtung Groß T ist der letzte von den Zuständen hier O1 bis O Groß T ähm wir summieren da quasi durch und ja wieder mal über A Strich also über diese ganze Formel hier äh von I und J abhängig klar und dann summieren wir äh ja summieren wir über dieses Gamma T was wir gerade uns definiert haben und zwar auch wieder von T gleich 1 bis Groß T minus 1 ähm das obere sind übrigens also wenn wir über A Strich von T äh summieren dann haben wir die erwarteten Zustandsübergänge von SI nach SJ und Gamma T sind die erwarteten Zustandsübergänge von SI generell so und dann sagen wir okay wir teilen alle zum Zeitpunkt egal welche also egal welcher Zeitpunkt Zustandsübergänge also die erwartete Anzahl an Gesamtzustandsübergänge von SI nach SJ teilen wir durch generell alle Zustandsübergänge die wir erwarten von SI egal wohin oh das soll natürlich hier nicht von J auch noch abhängen tut mir leid das soll so aussehen klar okay und dann bekommen wir tatsächlich unsere neue Matrix hier haufenweise Rechenarbeit nur um so eine neue Matrix aufzuschreiben und wir sind schon wieder bei 12 Minuten und deswegen sagen wir okay das war's für heute und nächstes Mal geht's um den zweiten Teil nämlich die Anfangswahrscheinlichkeiten also C berechen und B also die Emissionswahrscheinlichkeiten berechen die berechnen sich übrigens auch mit diesem Gamma T deswegen das hier schön merken das werden wir nochmal brauchen gut dann hoffe ich es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns bis nächstes Mal bis dann ciao